Hallöchen, in diesem Video beschäftigen wir uns mit der Heisenbergschen Unschärferelation aus dem Bereich der Quantenphysik. Um dieses Thema besser zu verstehen, empfehle ich dir zuerst, dich mit der Interferenz am Einfachspalt und der Materiewelle zu beschäftigen. In diesem Video lernst du, was die Heisenbergsche Unschärferelation aussagt und wie man sie auf vereinfachter Weise am Einfachspalt herleitet. Grundsätzlich lässt sich sagen, dass die Heisenbergsche Unschärferelation eine Formulierung der Quantenmechanik ist, die besagt, dass zwei Eigenschaften eines Quantenobjekts sich nicht gleichzeitig genau bestimmen lassen. Wie ist das nun zu verstehen? Dazu schauen wir zuerst einen fallenden Apfel an, dessen Fall mit der klassischen Mechanik beschrieben werden kann. Wenn wir die Anfangsbedingungen des Apfels, zum Beispiel die Höhe des Abwurfs, aber auch alle Einflussfaktoren beim Fall, zum Beispiel den Luftwiderstand, kennen, dann können wir supergeil genau sagen, wo, wann und mit welcher Geschwindigkeit er auf dem Boden ankommt. Die Welt der Atome dagegen lässt sich nicht mehr mit der klassischen Mechanik beschreiben, weil in dieser Welt komplett andere Gesetze herrschen. Wäre unser Apfel in der Größe eines Elektrons, dann könnten wir leider nicht mehr genau sagen, wo das Elektron ankommt. Wir würden nur eine Wahrscheinlichkeit angeben können. Betrachten wir dazu einen Einfachspalt mit der Breite Δx. Schießen wir nun Elektronen, welche wie eine Materiewelle betrachtet werden können, durch den Spalt hindurch. Der Impuls p ist zuerst so festgelegt, dass er genau in Richtung des Spalts gerichtet ist. Sobald die Materiewelle am Spalt ankommt, wird ihr Ort durch die Breite des Spaltes definiert. Nach dem Passieren des Spaltes wird die Materiewelle gebeugt, sodass wir auf dem Schirm ein Interferenzmuster beobachten können. Unser festgelegter Impuls hat sich ausgeweitet. Die Differenz dieser Ausweitung ist Δp. Da sich die meisten Elektronen im Hauptmaximum befinden, können wir einfachheitshalber nur die Streuung bis zum ersten Minimum betrachten. Die Bedingung dafür würde lauten, Sinus Alpha mal p ist kleiner gleich Δp. Damit betrachten wir nur die Impulsstreuung innerhalb des Hauptmaximums. Damit wir überhaupt seine Abgrenzung zum ersten Minimum sehen können, müssen wir eine weitere Bedingung festlegen. Aus Beugungsversuchen wissen wir, dass bei einem Einfachspalt wir erst dann zu einem Minimum gelangen, wenn der Gangunterschied ein Vielfaches der Wellenlänge beträgt, n mal Lambda. Wir betrachten das erste Minimum, also ist unser n gleich 1. Der Gangunterschied Δx mal Sinus Alpha darf also nicht kleiner als die Wellenlänge sein. Mit dieser Bedingung ist gewährleistet, dass unser Hauptmaximum scharf zu sehen ist. Unser Lambda ist eine Materiewelle und lässt sich mit der Debräuwellenlänge darstellen. h durch p, Planck'sches Wirkungsquantum geteilt durch den Impuls des Teilchens. Nun haben wir zwei Terme, die wir miteinander vergleichen können. Den Impuls kürzen wir weg und bringen Δx auf die andere Seite. Und das wäre unsere Formel der Heisenbergschen Unschärferelation bezogen auf den Impuls und den Ort. Das Produkt aus der Ortsunschärfe und der Impulsunschärfe darf nicht kleiner sein als das Planck'sche Wirkungsquantum. Eine sehr genaue und gleichzeitige Bestimmung des Ortes und des Impulses wäre also in einer Quantenwelt nicht möglich. Erhöhen wir die Breite des Spaltes, dann nimmt die Unschärfe des Impulses ab. Verringern wir dagegen die Breite, dann nimmt die Unschärfe des Impulses zu. Hierbei muss man sich auch deutlich machen, dass die Unschärferelation nicht durch den Messprozess entsteht, sondern prinzipieller Natur ist. Das Quantenobjekt, Elektron, befindet sich sozusagen in einem nicht definierten Zustand. In manchen Formelsammlungen wird das reduzierte Planck'sche Wirkungsquantum verwendet, h². Dann steht da zum Beispiel als Formel Δx mal Δp größer gleich h² durch 2, wobei h² h durch 2π ist. Lasst euch davon nicht irritieren, fragt einfach den Lehrer, was ihr verwenden müsst. Hierbei ist nur die Größenordnung entscheidend. So, das war's. Wenn du noch irgendwelche Fragen hast, dann stell sie in den Kommentaren. Wenn ich dir wenigstens ein bisschen helfen konnte, dann gib dem Video bitte einen Daumen hoch. Und falls du an meinen zukünftigen Videos interessiert bist, dann hast du die Möglichkeit, mich kostenlos zu abonnieren. In diesem Sinne, tschüss und bis zum nächsten Mal.